wir verlassen jetzt die oma und dann fahren wir mal zum strand das hat die wien hat noch nicht gesehen tschüss oma tschüss oma wir haben hier in der nähe direkt einen großen strand abschnitt und dann gehen wir mal gucken ob da auch ein restaurant auf hat bei dem letzten video wo wir zwei jahren in bangpo an bantai gewesen sind da wurden wir dann schon gefragt ob man nicht auch ein paar restaurants mal zeigen können jetzt sind wir gerade mal hier unten habe ich mir gedacht da fahren wir mal dahin hier ist noch keine befestigte straße nach oma hinter so ein wild geschwungener feldweg hier noch eine kurze information zur oma da wurde ich auch gefragt ob das grundstück und das haus von oma wäre nein die oma lebt da schon seit 30 jahren kostenlos in dieser in diesem haus das grundstück gehört den nachbarn das ist auch der gleiche weg hier konrad in 2,1 kilometer entfernung oben hinter dem berg den ihr da seht da ist die fünf sterne anlage aber wie gesagt wir fahren jetzt mal richtung strand wenn man hier unten der ecke ist wie sagt man am arsch der welt ist man hier hier ist nix also hier fährt man fast eine halbe stunde bevor man da irgendwie geschäfte sieht oder unterhaltung dann noch ein bisschen weiter da muss man also schon bis nach lamay fahren ja das kontra wie gesagt hier ist wirklich absolute ruhe wie ich gehört habe im konrad das ist also auf der anderen seite des berges was richtung mehr also zeigt da sind also öfters auch prominente untergebracht die ihre ruhe haben wollen und das ist komplett abgeriegelt da kommt man auch nur zu den einzelnen bungalows mit golf cars so jetzt geht hier direkt zum beach von hier aus gehen auch die tagestouren los hier seht ihr die speedboote ja da ist mein schatzi die ist jetzt kamerafrau regisseurin habe ich schon mitgekriegt dolmetscherin die hat also jetzt mehrere positionen in unserer kleinen company so da ist die hotelanlage und hier draußen wird wahrscheinlich aktivitäten stehen finden hier statt ja und hier sind die schnellboote die dann rausfahren zu den einzelnen inseln um die tagestouren zu machen was hier ist in der bucht da ist immer wenig wasser man hat hier den zugang ausgebaggert das habe ich da unten gesehen das ist doch die wiener da unten da gehen wir die mal besuchen ich habe zwar gesagt wir sollen nur ein stück reingehen das macht ja richtig spaß mit der kamera rumzulaufen alles zu dokumentieren so ich zeige euch mal die bucht was interessante ist es also die hotelanlage hier da fliegen wir mal drüber da hat man hier die poolanlage also wenn man stressfrei leben möchte dann ist man hier unten positiv gesagt gut aufgehoben hier sind einzelne kleine bungalows ich glaube das war auch damals mit pool hier haben wir nochmal einen großen pool ich werde hier unten nochmal den namen einblenden davon und da sind auch kleine scheinbar apartments oh das water ist so clear oh das water ist so clear oh das water ist so clear das ist nur relativ ein naturstrand sage ich mal da ist also nicht viel kemau von der bebauung her hier hinten am ende da sind also ein paar häuser ich weiß jetzt nicht ob man die auch mieten kann aber man sieht es super idyllisch sieht das aus mit den palmen da ja hier sind die einzelnen bungalows jetzt sehe ich von meinem von meinem platz wo ich hier im auto sitze sehe ich ja da hinten irgendwo ist die wienernd da fliegen wir jetzt mal hin dann besuchen wir die mann die hat sich ziemlich weit raus gewagt aber das sind auch noch andere leute heute hat der jünger noch das ist da sind zwei ich glaube das das müsste sie sein hier unten das hier mit der kamera da ist sie hello everybody ja die dokumentiert alles für euch das werden wir dann in den film mit rein bringen wenn sie jetzt schön stehen bleibt da ist jetzt zeige ich euch noch wo konrad ist da hinten ist konrad architektonisch nicht sehr schön in die landschaft integriert muss ich sagen da gibt es also schönere dinge erinnere ich mich an four season bei naton die haben das schöner hingekriegt dann stürzen wir uns mal runter und gucken mal wo die wienernd ist wir können auch von hier aus mal kurz nach oma fliegen das ist ja nur ein paar hundert meter entfernt so das müsste jetzt in der mitte sein das haus von oma ist jetzt ganz gut zu erkennen weil es ja dieses metall dach hat unten sind die zwei häuser die die neu gebaut werden und hier ist da unten ist das haus von oma und ich sehe schon die wiener kommt da da ist mein schatzi das ist also die bucht die nahe bei der oma liegt die wollten wir euch auch nicht vorenthalten wir hatten ja eigentlich gedacht hier vorne wäre noch ein restaurant offen ist aber nicht jetzt suchen wir uns ein anderes aus ich hoffe dass die wienernd auch noch ein paar schöne aufnahmen für euch gemacht hat und die werden wir denn jetzt hier in den film mit reinschneiden okay tschüss tschüss